recht herzlich willkommen zur 33. folge von europa universales 4 mit den irokesen ja wir haben letztes mal den angriff hier schon gemacht da sind wir kläglich gescheitert und ich habe dann überlegt wir können eigentlich gucken ein paar markt haben wir da oben dass wir vielleicht noch ein paar söldner mitnehmen sollten vielleicht und die kriegen wir hier allerdings nicht immer da meinen hier kriegen wir die das letzte war moral zeigt er jetzt gar nicht an händkampf nahkampf und das ist die moral das können wir uns nicht leisten das bedeutet da nehmen wir mal welche bei warte mal das sind die meisten möglichen und wahrscheinlich auch am günstigsten ne da geht auch noch was und indianische bärkrieger sind da jetzt auch verfügbar ne die will ich dann doch nicht nordamerikanische kaballerie nehmen wir die mal dazu oder das war es dann auch letzte einheit 16 ok er ist gestorben also dann müssen wir hier wahrscheinlich erst wenn man ziehen wir die alle zusammen naja speichert er gerade wieder automatisch und tako langsamer dann denke ich mal versuchen was noch mal 16 leute das sieht schon wieder ganz schlecht aus morale down die verlieren keinen einzigen mann doch sieben das war nix so was ja 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 wir haben ein paar lust erlitten das ist ja schön dass der so uns sagt ne ja achso hier sind wir amerikanische kavallerie amerikanische kavallerie amerikanische akkabusie können wir noch welche holen und das wenn wir das zweite 2 rein ziehen wir darüber geht das überhaupt eigentlich nicht was mit denen die sind aufgebracht die ziehen wir zusammen ne das war doof ne das kann man auch so lassen kurz geguckt die jahre des friedens sind vorüber ok fangen wir vielleicht die 16 auch noch wieder zusammen und dann probieren wir es nochmal ne das bleibt uns dann so weit aber die werden auch wieder aufgefüllt haben ne 3900 das müsste ja gleich was werden hier oder komm schon ne 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 gebot weil das ist auch wieder ganz klar macht keinen sinn kann jetzt die söldner trennen das waren die söldner die kümmern löschen gut lassen wir da die füllen sie ja wieder auf dann ist man nur gerade gucken wie wohl dürfen wir denn 13 13 das passt dann noch was sagt der stadt säckerl da den können wir auch töten können wir nicht wo man das blau keine ahnung ach weil wir da den haben da kommen wir das machen zwangsdienst und das ist hier die alten und schwachen und da werden die besten pferde die besten pferde oder 370 militärisch und das auch militärisch 74 ok gut nochmal was ist das diplomatische macht es würde also gehen militärische macht dann machen wir das und hier können wir gleich dann das machen die besten pferde wir machen noch hier das war da gehen wir mal hier auf militär das ist wir müssen mal unsere kraft da steigern so wie wir sind ja wachsen langsam und sonst nix dann können wir vielleicht noch die ja hier was was ist mit inflation da geht nix geld hat man jetzt in 50 54 nicht ganz aber da ist jetzt hier das gekommen und dann würde ich das jetzt nehmen ok schauen dass wir da vorankommen jetzt kann man glaube dass da den töten noch nicht ganz 68 87 87 gut gehen wir aber nochmal hier rein was geht denn hier weiter so korvetten schiffschiffe schiffschiffe flotten habe ich nichts mit zu tun vorböden schiffsbrauch auch nix das letzte wärs ne aber davor nichts wichtiges mehr glaubt das haben wir schon oder zwangsdienst alter und schwacher schiffschiffe schiffschiffe das ist alles nichts für uns da geht es noch nicht voran fehlt noch gut müssen wir halt abwarten das ist gleich schon wieder voll aber das ist auch brauchen wir nicht verbesserte drainage 323 benötigen wir 63 haben wir ja kann man hier nur beschleunigen dass es voran geht diplomatische macht nehmen wir das warum gehen wir denn jetzt plötzlich darunter die wachsen auch langsam und die grund holen besitzt durch die schorni bedeuten ist gestorben auch nichts wichtiges da passiert alles nix ach so den kredit wenn wir wahrscheinlich noch so wie dann bedeutet man gestorben sein 57 ja nummer stottsickel 399 hier können wir berater anstellen bestimmte da ist gerade keiner zur verfügung da auch nicht da auch nicht das liegt daran dass wir nicht genug geld haben um den einmalig erst mal einzustellen jetzt gibt es jedoch einen kost 3,6 monatlich plus 1 bringt mir aber nix das war der Können wir alle kaufen Ein Punkt mehr 3,6 Handelseffizienz plus 10 Bessere Beziehung Dann wäre der schon interessanter Komm, den stellen wir ein Stabilitätseinbruch, okay 4,8 und 7, okay Was steht da? Katholisch Aha Gut Neun Anführer, der nix kostet Ach, der ist, glaube ich, ganz gut sogar noch Lassen wir da auch noch hin machen Beraterplatz Kann hier in der Technologie-Welt reinstecken Machen wir mal Okay, okay Da geht noch was voran Jetzt haben wir kein Geld mehr Das wird auch gerade weniger Oh, 0,54 minus Das ist der Berater Inflation gesenkt Können wir nicht zurückzahlen Ja, ich glaube, die müssen wir rauskicken Können wir uns nicht leisten 39 40 Ne, da können wir den Berater entlassen Das hat anders leider keinen Sinn Jetzt kommen wir da auf keinen Nenner Wichtiger Mann gestorben Und hier haben wir da Bündnis mit zwei Ländern Oh, jetzt können wir hier die Mauritanische Infanterie machen Ja, dann ist das da runtergefahren, okay Aber mir war die Mauritanische Infanterie gerade etwas wichtiger, glaube ich, oder? 16 22 12 Ne, 13 Ja, gut Müssen wir mal schauen, was hier los ist Erhalten 2 Menk und Telismus Prestige, Legitimität Verlieren Aha Ja, eigentlich das, ne? Machen wir das Okay Geld wird mehr jetzt wieder dadurch, dass wir den entlassen haben Ja, und dann würde ich aber sagen, soll's für die Folge doch erstmal reichen Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid Bis dann Tschüss Ja, ich bitte Ja, ich bitte Ich bitte Ja, ich bitte Untertitelung des ZDF, 2020